hallo und willkommen auf meinem kanal 7 tage gaming ich bin der stefan und wir sind heute wieder im spiel once human und heute möchte ich mal mit einem team in einem kampf gehen aber vorher gehen wir noch mal auf unseren designer schreibtisch und da schauen wir noch mal kurz rein ich habe nämlich war ein bisschen fleißig ich habe baupläne zerlegt könnte jetzt 24 mal also zufallsformel für einen bauplan machen und wir machen jetzt einmal dann schauen wir mal was wir rausbekommen vielleicht bekommen wir dieses metallregal die laufen durch sind durch und dann gucken wir mal was wir haben blüscht hier formel erhalten so was haben wir denn noch weiße latex farbe haben wir daraus zerlegen können der linke alles ich brauche nämlich nach wie vor das metallregal und dann würde ich sagen holen wir uns holen wir uns noch mal sechs stück und vielleicht haben wir jetzt glück so die haben wir abluftgebläse klassisch erhalten die braun gestrichene holzdielen und die zerlegen wir alle wir wollen ja was ganz anderes so herstellen dann nehmen wir noch mal sechs und vielleicht haben wir diesmal glück wand tranke kerze ok braunes sofa will ich alles nicht wird zerlegt dann nehmen wir gleich die ganzen zehn und hoffentlich ist jetzt ein metallregal dabei und wenn ich dann muss ich wieder fleißig suchen industrie schrank nein war nicht dabei industrie schrank brauchen wir brauchen wir nicht alle zement struktur das könnte vielleicht alle zement struktur und das zelingen wir jetzt noch mal so dann können wir noch mal vier machen machen wir natürlich helle dicke holz auch wenn nicht vielleicht kriegen wir noch einmal raus das wollte ich nicht wenig können wir noch machen fehlt uns glaube ich noch ein punkt so und können wir noch mal eine machen elektronische was war das der legen ok hat nicht sein sollen dann silo x1 da schauen wir mal ob wir da mit dazukommen team ist schon voll schade und was haben wir hier müssen wir noch ein bisschen warten ich esse mal was dann schaue ich mal rauf wegen meine pflanzen die boxen ist noch nichts meine 50 prozent 60 prozent ist noch nichts reif dann schauen wir mal ob wir hier holz doch liegen müssen da ist doch genug drin ok was haben wir jetzt hier x1 pro haben wir mal team ist voll ist jetzt das dritte mal gerade war es doch nur zwei mal oder da meinst du mal die saison ziele immer mal ob will blende das nicht mehr so rein sollte doch eigentlich jetzt weg sein oder befolgen nein 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 ok da haben wir schon alles abgeschlossen gut sollte eigentlich nicht mehr auftauchen aber ok was haben wir hier silo dphi pro besten wäre natürlich ein silo alpha wir gehen mal runter gerne ein starr auch das könnte man eigentlich machen siehst du dann nehmen wir doch gleich noch mal ein bisschen was mit 14 stück kommen die nehmen wir mit probieren wir mal so wenn wir die rein tun und den hier auch noch ok läuft ich gehe aber hier schon mit runter zur verteidigung wo werden wir denn angegriffen ich gehe nicht mehr ich gehe nicht mehr auf ich gehe nicht mehr kommen wir neben die alle her wo sind die nächsten was sind sie? oh da ist sie großartig so den hätten wir auch ist da einer drin weil die da und da hinschießen? okay so 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 oh da ist noch ein dicker so so ist da was kaputt gegangen? ich hoffe nicht ich glaube das wars jetzt noch 19 sekunden die schießen trotzdem immer noch hierher ne? ich glaube da einer in der Wand hängt ok Reinigung abgeschlossen da sammeln wir mal die ganzen Sachen ein hier sind die blauen das waren die Bosse oh was ist hier? so und da ist nichts mehr hier schauen wir noch und dann wars das so jetzt sind wir natürlich schon wieder voll ne? 26 von 40 müssen wir da was reparieren? ne so und jetzt 40 von 40 jetzt sind wir voll so so dann zerlegen wir schnell noch den Kram so Munition brauchen wir nicht das räumen wir schnell noch ein äh hat er alles? ok zwei Saumern tun wir noch rein so Silo X1 schauen wir mal damit wahrscheinlich schon wieder voll ist oh nö wir sind in ein Team gekommen ok und los geht's ein Silo X1 EX1 amerikaner ab 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 mal ab mal ab Da fehlt da noch einer. Das ist jetzt Level 60. Das ist jetzt ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Das war's für heute. Oh, der hat mir aber ganz schön eine gedommert. Sind sie denn alle? Sind alle da runter? Hopp, lass mich durch. Bei Rot muss man stehen bleiben. Und bei Grün kann man laufen. Ich brauche mich wohl da rein. Jawoll. Ich brauche mich. Ich brauche mich für dich. ja jetzt immer schön auf die nächste schießen hoppala 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 Er ist immun. All right. dann schauen wir mal was wir bekommen gemetzel präzision 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 wir brauchen gewalttätig dann gehen wir jeden mal einen punkt und dann schauen wir mal ob sie es noch mal machen so das war jetzt sicherung silo ex 1 level 60 so wie es ausschaut lässt sich die gruppe auf die sind sogar noch alle zusammen okay erst mal reparieren mal gucken ob sie noch mal reingehen das kann man so lassen oder ob sie sich auflöst noch 6000 schuss ich glaube ich nehme noch mal 1000 schuss mit so was ist jetzt los leute geht da noch was oder geht da nix mehr glaube die wollen nicht mehr gut da würde ich sagen machen wir schluss für heute und wir sehen uns im nächsten video wieder gewiss zuschauen der muss